Wer betrunken einen Unfall verursacht und sich selbst dabei schädigt, bekommt keine Erwerbsminderungsrente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das Hessische Landessozialgericht hatte im Jahr 2014 sich mit einem Fall zu beschäftigen, in dem ein 29 Jahre alter junger Mann eine Erwerbsminderungsrente beantragt hat. Die Deutsche Rentenversicherung lehnte die Erwerbsminderungsrente ab aus folgendem Grund. Der 29-Jährige ist mit einem Blutalkoholgehalt von 1,39 Promille Auto gefahren und hat einen Unfall verursacht. Dafür wurde er von einem Strafgericht auch verurteilt und er hat sich bei dem Unfall auch verletzt. Die Folge dieser Verletzung war, dass er nicht mehr selber arbeiten konnte. Deshalb hat er auch diese Erwerbsminderungsrente beantragt und die Deutsche Rentenversicherung hat diese beantragte Rente abgelehnt. Der junge Mann ist in Klage gegangen und hat vor dem Sozialgericht auch kein Recht bekommen. Das Hessische Landessozialgericht hat dann die Berufung abgewiesen aus folgendem Grund. Und der steht im § 104 Sozialgesetzbuch Nr. 6 geschrieben. Wer also durch eine Straftat sich selbst am Körper schädigt, dass er erwerbsgemindert ist und deshalb auf Leistungen aus der Versicherungsgemeinschaft angewiesen ist, hat keinen Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente. Das ist so der allgemeine Grundsatz. Und diesen Grundsatz hat das Hessische Landessozialgericht ja auch angewandt. Ein anderer Fall wäre, wenn jemand aufgrund zum Beispiel einer psychischen Erkrankung versucht, sich selber das Leben zu nehmen. Dann könnte man hier möglicherweise auch sagen, wer absichtlich eine Erwerbsminderungsrente herbeiführt, wenn sich jemand eine Axt ins Bein haut. Aber das wäre in einem Fall einer psychischen Erkrankung schon höchst problematisch, zu sagen, dass jemand sich in eine Situation bringt, dass er eine Erwerbsminderung absichtlich herbeiführt. Also ein solcher Fall ist auch denkbar, aber begrenzt wirklich auf die absichtliche Herbeiführung einer Erwerbsminderung. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rentenberater Peter Knöppel 3.